Ach ja, mit dem Fregel. Unundil. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit. Danke, Mapa. Ja, die Maorme erheben Anspruch auf Kenatis Rast. Meinen Sie? Danke, Ryan. Ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen. Und die Kajid werden den Preis dafür bezahlen. Wo ist dieses Abkommen? Oh, frisches Korn. Oh Gott. Frisches Zewoze. Frisches Zewoze. Diesmal ein bisschen rötlich. Aua. Geil. Frisches. Frisches Zewoze. Frisches Zewoze. Frisches Zewoze. geil sehr geil alles andere sagt ja ja der ist echt lecker was ich gar nicht wie ich anfangen soll geht aber ja ja wenn rote geht also schon cremig ja die rote rote rosa das ist mir kochschinken und überall sind blüten habe ich gesehen rosa blüten okay ich esse das 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 da ist da ist hühnchen drauf da ist hühnchen da ist hühnchen natur glaube ich da ist hühnchen mit ein bisschen speck da ist nur speck und da ist kochschinken mit speck okay das 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 also mit zwischendrin hündchen ist da drauf ja ja kleo ist da drauf hündchen 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 ryan hat wohl hündchen verstanden achso hündchen 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 da ist ein slipper drauf da ist ein slipper drauf slipper und das riecht vor allem so gut ja ich dachte ich mach mal den speck die mann guck sieht man ist ein bisschen weg das ist ein bisschen speck ja ein bisschen aber jetzt ist da so eine kante drin sprayIR ich hab's versucht so ganz runter so also ganz hat's nicht geklaut oh Mann ok guck mal ja item abgespaced space cat war sie noch nicht wahrscheinlichede jetzt aber offen habe jetzt ein laden wo ich es bestellen kann was ist da wieder los viel meine lieblingssorte ohne alkohol ja ich verstehe ich so schlecht ohne alkohol heute er kennt nur alkohol er steht für ein rock wenn ich du hast einen rock an geil wir hängen so ein bisschen ab die lecker die ist geil oder können wir öfters holen die teuer war die metwurst die nicht rausgegangen ist die auf dem ding lag wie lange wirst du noch war okay ja liebe dich der klang gut zuld tschüß tschüß ist das ein winkender panda Den kenne ich schon. Der ringt öfter mal. Tschüss! Tschüss! Hast du dir wehgetan? Nee, die Stufe kenne ich ja langsam. Heute hast du es ja. Jo. Liebe dich. Tschüss! Ja, das war frisches. Schön. Okay. Ulundi und Harani weigerten sich, ihre Kopie vorzuzeigen. Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ich tue das nicht leichtfertig. Hast du dir wehgetan? Nee, die Stufe kenne ich langsam. Ja. Ich glaube, ich kriege auch keine Antwort mehr auf meine Fragen. Was meint ihr? Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Gennatis Rast eine kriegerische ist. Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte. Hm. Was haltet ihr vom Altmeri-Dominion? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Bosner-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt. Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat Walenwald. Sie nähert mich und ich wiederum sie. Gemeinsam verkörpern wir die Erwartungen des Bosner-Volkes. Einfacher ausgedrückt ist sie die Liebe meines Lebens. Außerdem wird sie missmutig, wenn ich in ihrer Nähe von ihr sterne. Ich sage lieber nichts mehr. Es ist ein Name, ein Titel und unsere heilige Stadt. Das war gemeinfrisches, das war sehr, sehr gemein. Und auch eine Bürde, weil es gelegentlich für Verwirrung bei Außenseitern sorgt. Nicht einmal die grüne Dame... Das war sehr, sehr gemein beim Grillen. Ich schätze, Edelon geht an... War der Brüller am Tisch, ne? War der Brüller am Samstag. Ich fand's super. Jaja, das tust du schon, was weiß ich. Wie lange habt ihr die Stellung schon? Das kann ich kurz lesen. Mir kommt es vor, als wäre es erst seit gestern. Aber die Falten in meinem Gesicht sagen etwas anderes. Oder meintet ihr als Gesandter des Dominions? Ich habe seit ihrer Gründung diplomatische Aufgaben für unsere junge Allianz übernommen. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Mhm. Okay. Der Brüller war, wo ich mal klein musste und mich einfach am Tischzecke umgedreht habe. Ja. Das kam damit hinzu. Euer Vater. Er wird euch nicht vermissen. So was kann auch nur von dir kommen. So was kann auch nur von dir kommen. So was kann nur von dir kommen. Ähm. Herstellen. Das war die Zeit auf jeden Fall. Und dann bin ich schon wieder da. So. Das war die Zeit auf jeden Fall. Das war der drückende Weg. früher losgehen einfach früher losgehen da hin Komplette Rüstungsset. Das ist einhändig, ne? Ja. Ich habe das bei dir noch. Juhu, ich habe mal ne Rüstung geschmiedet. Sehr schön. Ich bin mal eben im Jagen. Mach das Frisches. Dann denken es auch alle anderen. Was wird denn so gemunkelt, meine neue Freundin? Der Silvina muss das Abkommen sehen. Aber niemand will mit einer Kopie herausrücken. Ulondil will es sicher einfach nur nicht. Seine Wipernzunge ist scharf. Aber Harani hingegen kann es nicht, weil ihre Kopie gestohlen wurde. Es braucht nur drei Schluck, um die Zunge eines jeden Ganslei-Angestellten zu lockern, falls ihr neugierig seid. Wer hat Harani's Kopie des Abkommens gestohlen? Eine gute Frage. Ras beantwortet sie mit einem interessanten Fakt. Ulondil hat am Tag des Diebstahls eine Wache vor seinen Gemächern postiert. Seine Raffinesse steht nur seiner angenehmen Persönlichkeit nach. Oh, und für das Botschaftspersonal sind es fünf Becher. Sechs schalten sie aus. Seid ihr sicher, dass Ulondi das geschwobene Abkommen hat? Jemand muss sich in die Botschaft von Maorma schleichen, an der Wache vorbeikommen und die Privatgemecher von Ulondil durchstöbern. Oh, und das alles ohne Blutvergieße. Ja, natürlich. Sonst kommt es zum Krieg mit den Maorma. Ja. Falls er nicht deutlich genug war, Ras spricht von euch. Nein, echt. Ich dachte, du gehst mal. Warum ich? Der Pragmatiker in diesem würde sagen, es lege daran, dass ihr keine enge Verbindung zum Dominion habt. Der Optimist würde sagen, es lege daran, dass ihr eure Fähigkeiten schon mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Trefft uns an der Brücke, wenn ihr das Abkommen habt. Mhm. Weil das auch immer so viel Spaß macht, diese Botengänge zu machen. So, hier gibt es aber einmal noch eine Himmelsscherbe. Die holen wir uns noch schnell. Noch eine? Ja. Wir holen uns noch eine Himmelsscherbe. Was habe ich jetzt bekommen? Himmelsscherbe von Kenatasras kann mir jetzt von eurem anderen Charakteren gekauft werden. Ah. Ah, das verschwindet nicht. Schade. Ich bin mir jetzt zu erfahren. Ah, also, das ist ein Konto vollständig ab. Wenn das hier diese Himmelsscherbe für... Okay. Okay. Aber ich muss das halt löschen, weil sonst blinkt mir das so die ganze Zeit und... Nein. Aber nein. Einfach. Nein. So, ich würde auf jeden Fall das Gebiet hier einmal abschließen. Und wahrscheinlich nach diesem Gebiet wechseln wir zu... ...Panel. Nein. Die Gemächer von Botschafter Ullondil sind für Besucher nicht zugänglich. Äh, was bewacht ihr? Das geht euch nichts an. Geht und ärgert den Buchhalter. Okay. Er weiß einfach nicht, wann man besser den Mund halten sollte. Na gut. Hm. Hätten da mal was? China-Kleidung. Ja, komm, wir machen das hier oben mal. Hm. Meine liebste, wunderschöne Zali. Ich habe euch wieder am Wasser gesehen. Die Sonne hat euer Silber in das Fell geglänzen lassen. Wie den lichten Tag. Ich hätte euch ewig zusehen können. Aber es ist wichtig, dass ich die Botschaft bewache. Also ging ich. Ihr solltet die Botschaft einmal besuchen, damit ihr selbst seht, wie wichtig ich bin. Wir konnten gemeinsam zum Abendessen. Gott, wenn ich so eine Nachricht kriegen würde, ne? Ich wäre aber ganz schnell wieder weg. Habt ihr euch verlaufen? Äh. Fälsch einen Brief für die Wache. Wo fälsch ich ihn? Da fälsch ich ihn. Hm. Scham fälschen, ja. Sehr schön. Gefälschter Brief. Habt ihr euch verlaufen? Die Gericher von Wurschafter und Leutlil sind für Besucher nicht zugänglich. Ja. Dieser Brief ist für euch angekommen. Was? Gebt ihn her. Sie will sich mit mir treffen. Jetzt? Aus dem Weg. Der war reich... Der war leicht reinzulegen. der war leicht reinzulegen. Okay, jetzt haben wir das Abkommen. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Das ist mit Artikel 36 und was weiß ich. Guckt ihr, kann schwein. Äh, okay. Raus hier. Runter. Rasen da, wo bist du? Da ist Rasen da. Das Federn in eurem Gang. Wusstet ihr, dass Erfolgserlebnisse die Gangart verändern können? Man lernt es bei anderen zu bemerken. Habe ich beim letzten Mal einen Streetschatz gemacht? Ne, habe ich nicht. Okay. Wer tat's? Hier ist das Abkommen. Der Silvenar wird ganz sicher von den Maorma beobachtet. Ihr solltet ihn darüber in Kenntnis setzen, dass das Abkommen sicher ist. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Ich werde es ihm ausrichten. Der Silvenar und die grüne Dame sind im Haus des Waffenschmieds untergebracht. Ähm, dieser schlägt vor, dass ihr klopft, bevor ihr hineingeht. Die grüne Dame ist etwas sprunghaft, wenn man sich zu leise nähert. Denkt ihr, es wird helfen, das Abkommen zu haben? Auf den ersten flüchtigen Blick? Das Abkommen hat Schlupflöcher. Wenn der Silvenar über sie klagt, wird er ihn zerreißen. Den Vertrag natürlich und nicht Botschafter Ulondil. Allerdings, das wäre lustig. Ja, sehr lustig. Ähm. Ihr werdet auch geflohen, wenn ihr gesehen hättet, was sie von uns verlangten. Waren von feinster Qualität. Juuu. Ja, da ist die grüne Dame. Oh. Da ist jemand tot. Ein seltsamer Aura umgibt die Leiche der Silvanas. Sein Körper fühlt sich warm an. Ein leichter Schwefegeruch durchdringter Naum. Trinkt den Raum so. Es wird Zeit, dass ihr geht. Ich. Nein. Nein. Ihr habt ihn so gefunden? Was habt ihr gesehen? Antwortet mir. Er war tot, als ich eintraf. Dann wisst ihr nichts. Diese elende Insel soll tausendmal verflucht sein. Sie haben meinen Geliebten geholt. Ich würde ihn tot sehen wollen. Niemand, der den Morgen noch erleben wird. Ich bin der Bolzen, der nie sein Ziel verfehlt. Wenn ich losschnelle, hält mich nichts auf, bis ich das Auge meiner Beute durchbohrt habe. Harani kennt ihre eigene Stadt. Wenn sie euch nicht sagen will, wer das getan hat, werde ich ihr den Schwanz kürzen, bis sie es tut. Nun geht. Geht. Gott. Hat die ne Laune? Weißt du, nur weil ihr Macker da gerade gestorben ist, sie nicht so anstellen. Sie sind ja besser bewachen können. Glaublich. Nicht schon wieder. Bitte. Dieser versteht, was der Silvenar möchte. Aber dieser hat es euch schon gesagt. Wir können ihm nicht unser Exemplar des Abkommens geben. Der Silvenar ist tot. Tot? Aber er war doch gerade erst hier. Was ist geschehen? Die grüne Dame vermutet einen Mord. Wie schrecklich. Wer würde so einer friedlichen Kreature etwas antun? Ich hätte gehofft, dass ihr mir das sagen könntet. Meine Wachen haben nichts gesehen. Wir haben die Wachen zur Sicherheit verdoppelt. Ich kann es nicht dulden, dass der Silvenar in meiner Stadt ermordet wurde. Ich werde den Hafen schließen, wenn es sein muss. Niemand setzt Segel. bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Könnte ich helfen? Natürlich. Ich erkläre euch hiermit zur Vertreterin der Wache von Mistral. Keine Tür soll euch verriegelt bleiben. Yay! Und wo soll ich anfangen? Auf meinem Schreibtisch werdet ihr die neuesten Berichte der Wache von Mistral finden. Ihr dürft sie gerne auf Widersprüche durchsuchen, die zur Verhaftung des Mörders führen könnten. Der Silvenar ermordet? Diese verräterischen Kajid haben sich mit den Maoma verbündet, um unseren edlen Gesandten zu töten. Mhm. Wie könnt ihr es wagen? Der Silvenar war unser Gast. Ihr geht zu weit wie zerfobt. Okay. Erster Vorfall. Der Apotheker hat sich verdächtig verhalten. Wollte mir nichts in die Augen sehen. Hat beim Vetter wahrscheinlich wieder ein Heilmittel für die Pocken verkauft. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Zweiter Vorfall. Jurairia hat selsame Geräusche aus dem Lagerhaus neben dem Laden der Rüstungsmachers gehört. Habe nachgesehen, aber keine Anzeichen gefunden, dass etwas fehlen würde. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Dritter Vorfall. Diesmal Maoma Kapitän hat seinen Bettler von der Schlangenkuss geworfen. Angeblich hat sie ihn dabei erwischt, wie er unter Deck herumgewühlt hat. Ihr Schiff, ihr Regen. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Ja, okay. Ja, dann gucken wir doch mal. Was ist los? Es gibt immer noch mehr zu erledigen. Nummer 4. Ein Ort so gut wie jeder andere. Wenn der Buchhalter nicht dumm ist, findet er ihn. Ungebetene Besucher. Wir nehmen an, dass die erste Ankerkette durchtrennt wurde. Üb Druck auf Mutter Tiger aus, damit sie die ungebetenen Besucher denunziert. Wir beobachten, wie sich die ungebetenen Besucher vom Sturm erholen. Durchtrennt die zweite Ankerkette unverzüglich. Wachsamer Schlangen bleibt vor der Küste. Auf das Signal hin werden wir den Orkan vorbereiten. Baby Kitty. Ich hoffe, dein Essen war lecker. Na super, und Tony ist auch wieder bei mir. Oh, sehr schön. Mh, okay. Wir müssen immer in diese Richtung. Ich befürchte das Schlimmste. Mh. Ich muss in euren Laderaum. Und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmarkt. Zu schade für uns beide. Und jetzt verschwindet von meinem Deck, bevor ich euch herunterbefördern muss. Hier. Hat sie 25 Gold. Nun, da lässt sich aber jemand herumscheuchen. Mh. Drei Minuten. Wenn meine Seeleute sehen, dass ihr eure Finger nicht bei euch behalten könnt, lasse ich euch Kiel holen. Okay. Ziegen wir hin. Macht keine Schwierigkeiten. Nein, nein. Wir machen keine Schwierigkeiten. Wir sind brav. Mhm. Dann wollen wir hier auch nicht weiter stören. Wir gehen wieder. Und die Beweise einmal zu Hause sind da. Wir machen uns schlecht oder nicht die ganze Zeit? Oh. Katze. Den Silbenach zu töten war närrisch. Die Leben der grünen Dame und des Silbenachs waren verbunden. Sie hat nur wenig Zeit ihn zu rächen, bevor sie ebenfalls sterben wird. Noch dazu ist die grüne Dame eine überaus gefährliche Kreatur. Aber da habt ihr auch wieder dieses Federn in eurem Gang. Was habt ihr erfahren? Nichts, was zum Mörder der Silbenachs führen würde. Hier. Das stimmt nicht. Dies ist eine Probe der üblen Wolke, die den Leichnam des Silbenachs umgab. Bringt sie zur grünen Dame. Sagt ihr, dass es ihren Geliebten getötet hat. Und was den Rest angeht, wird Harani sich anschauen, was ihr da gefunden habt. Wir müssen uns sputen, als wäre uns Kenati selbst auf den Fersen. Naja, aber wir nähern uns dem Ende dieser Insel. Ist ja auch schon mal gut. Der Mörder wird den Schmerz teilen, den der Tod meines Geliebten hervorgebracht hat. Hand an der Kehle. Ein Kuss für mein Handgelenk. Hand an der Lunge. Ein Kuss für meinen Arm. Greifen, zerren, reißen. Und ein letzter Kuss für das Herz des Mörders. Nun, was habt ihr herausgefunden? Dies ist das Gift, das ihn getötet hat. Kein Gift in ganz Tamriel konnte meinen geliebten Schaden. Aber dieser Geruch lag über seiner Leiche. Warum ist er auch hier draußen? Ich kann ihn sehen, wie er mitten ins Herz dieser verfluchten Stadt führt. Also, ich habe keinen besonderen Geruch bemerkt. Ihr seid ihm gegenüber blind. Da kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Folgt mir, wenn ihr könnt. Gott ist die Frau unfreundlich. Ich bin mit einem viel schneller als du. Eigentlich. Wenn sie noch weiter vor mir wäre. Ich glaube, wir sind da. Einmal ins verlassene Haus, bitte. Ich habe meine Spuren verwischt. Die ist mir wirklich in Luft. Wenn etwa. Sagt mir, wenn sie, wenn er ermordet hat. Ich befolgte seine Befehle. Deldrisches Gift für den Waldelf und seine Gefährtin. Ich befolgte seine Befehle. Wessen Befehle? Er sagte, sie könnten versuchen, den Orkan aufzuhalten. Dass sie beseitigt werden müssten. Ah ja. Ich habe genug gehört. Seine Befehle. Musste seinen Befehlen folgen. Schon gut. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Genau wie ich. Oh, Tod. Tretet du Lundi gegenüber. Ja, der wird hier bestimmt alles abstreiten, ne? Vermut ihn mal. Ist so lange her. Oh, was soll er sonst tun? Nein. Ah, die umherziehende Gehilfe. Einfach abgemurkst. Ja, was denn? Hört so. Hört so. Oh, was ist hier, der sagte, ihr hättet den Tod des Silvanas befohlen. Mein was? Meint ihr vielleicht den Apotheker? Ich versichere euch, dass er zu keiner Zeit in meiner Anstellung stand. Mhm. Eure Assassiner hat Deterblut vom Apotheker gekauft und den Silvaner ermordet. Oh, gut gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die grüne Dämlichkeit und ihr trotteliger Gatte sind tot. Nun kann uns nichts mehr aufhalten. Wie schnell er einfach mal sein Gesicht denn hat, ne? Die grüne Dame ist nicht tot. Ihr lügt. Sie muss tot sein. Sonst wäre sie gekommen, um mich zu holen. Sie kommt, um mich zu holen, oder? Ich bin ein rechtmäßig eingesetzter Botschafter, das ist egal. Diese Botschaft ist laut unserem Abkommen unantastbarer Boden. Der Orkan kommt. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Mhm. Das ist Wahnsinn. In dieser Stadt gab es schon genug Tod. Mhm. Es ist offenkundig, dass die Maorme Kenatis Rast verraten haben. Das rechtfertigt noch lange kein blindwütiges Gemetzel. Wir sind besser als unsere Feinde. Ihr müsst ihn festnehmen. Lasst nicht zu, dass die grüne Dame ihn erschlägt wie einen Hund. Wir müssen herausfinden, was die Maorme mit Kenatis Rast vorhaben. Okay, ich laufe ihm nach. Ich vertraue darauf, dass ihr tun werdet, was das Beste für mein Volk ist. Nun muss ich los und mich bei Vizefug Pelledil entschuldigen. Was immer das Dominion auch brauchen mag, wir werden es bereitstellen. Mhm. Oh, wunderschöne Hunde. Das war ja auch eher als Metapher. Das war ja auch nur eine Metapher. Wir erschlagen ja nicht wirklich einen Hund. Wir erschlagen etwas ähnliches wie eine Spinner. Vom Charakter her. Seid gnädig. Bitte. Rettet mich vor dieser Verrückten. Ihr gebt auf. Das tue ich. Bei allen Göttern. Das tue ich. Ihr werdet schon bekommen, was ihr verdient. Bewegung. Es sei denn, euch machen die Spritzer nichts aus. Was werdet ihr mit ihm machen? Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Keine Sorge. Er wird nicht verhungern. An seinen Gliedern ist genug Fleisch, um ihn lange zu ernähren. Geht und richtet Harani aus, dass der Maorma tot ist. Überlasst mich meine Arbeit. Hm. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist Rache. Genau. Und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Ist dies das, was der Silvaner wollen würde? Ihr wagt es, für meinen Silvaner zu sprechen? Ja. Ich ziehe euch die Haut ab und peitsche euch damit zu Tode. Ich werde eure Zähne zu Staub zermalmen und euch damit ersticken, ihr... Ihr habt recht. Verflucht sollen eure Knochen sein, aber ihr habt recht. Schafft ihn fort, ehe ich mich vergesse. Haltet sie von mir fern. Mhm. Da unten steht sie. Wir haben Ulondil dank eurer schnellen Hilfe in Gewahrsam genommen. Kein Abkommen wird ihn vor wahre Gerechtigkeit schützen. Die grüne Dame wollte Rache üben. Ich verstehe. Ich bin sicher, sie wird einen anderen Weg finden, um ihren Mann zu trauen. Ich habe Ulondil gefragt, was er mit dem Orkan meinte. Nach dem, was die grüne Dame ihm angetan hat, fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Aber was er gesagt hat, klingt... Aber sie hat doch gar nichts mit ihm gemacht, sie hat ihn nur in die Enge getrieben. Was hat er denn gesagt? Die Maorme haben Schiffe, die vor der Küste warten. Die Leute von Ulondil haben ihnen vor der Ankunft der grünen Dame Signale geschickt. Eine Art Invasionsstreitmacht. Mit Hilfe des Dominions können wir die Stadt vielleicht befestigen. Das allein könnte viele Leben retten. Da hat er nun offiziell dem Dominion beigetreten. Ich habe vor wenigen Augenblicken einen neuen Vertrag Oh, die Grußung ist besser als unsere Vize-Vogt Peledil hat mir versichert, dass das Dominion unsere kleine Insel beschützen wird. Das ist wahrlich ein Neuanfang für Gennartis Rast. Wir werden erblühen oder untergehen. Und zwar gemeinsam. Jung. Zweihänder, das ist ein Dolch. Dann nehme ich das Schild. Gut, nächste Belohnung gibt es erst auf Stufe 10. Logisch aber einfach. Ähm. Das ist genau so ein hässlicher Schild. Ja, toll. Das ist eigentlich fast die gleiche Rüstung nur mit so Applikationen da noch dran. Geil. Naja, besser ist das andere. Rüstung. Schwere Rüstung. Nachteil schwerer Rüstung. Erhöht ihr die Mangel. Lauftempo. Okay. Bis zum nächsten Mal.